Heute geht er mir ganz schön. Willkommen zurück zu einer Folge Körnerstelle Glocke und Offenzen. Bitte, wir sind alle aus so einem Teambuild zu mir. Du bist mir Nuckel. Nuckel, Nuckel, Nuckel. Die Garage. Oh ja, ich geh wieder lang, ne? Oh, mein Lieblingsboch. Ja, wir wissen ja, wo wir sind, ne? Ach, hier wissen wir, wo wir sind. Ach, so. Aha. Wissen wir doch, oder? Wissen wir nicht? Doch. Ich geh mal in dieselbe Position hier. Einer lang. Aua. Aua, hab ich den voll die Dörter gedrückt. Einer springt oben rum, Sepp. Mit der neuen Maus geht er da auch. Noch einer. Oma, es ist ganz schön leer. Rampe auch. Oh, der oben hat es richtig kassiert. Komm doch mal her. Ich geb dir mal. Ah, der ist runtergefallen. Wir gönnen richtig. Jo, ich bleib hier. 84 in 5. Ich hasse diese Waffe, ey. Und ich stehe... Der eine ist runtergefallen. Da habe ich noch viel geklaut. Dann haben wir noch keine Bombe gesehen. Peng, peng. Peng, peng, peng. Oh, Bombe liegt hier bei mir. Bombe liegt bei mir, draußen. Alles klar, komm mal. Oh, oben auf dem Dach. Oh. Ah, fuck, Alter. Ich habe richtig scheiße geschossen jetzt. Um auf dem Dach einer. Der sie da rumspringt. Also theoretisch müssen wir da nicht fucken gehen, ne? Ja, richtig. Smarter, glaube ich, A zu back. Ihr könnt auch die Bombe einfach defenden. Bombe liegt hier wieder. Nice. So wie Bram. Ja, da will ich hingehen. Der andere ist da direkt. Außen bei Bram. Äh, als wenn der dich nicht gezählt hat. Nope. Ich hab nur die Leiche weggefliegen. Nein. Ui. Ich hab den selbst nicht gesehen. Das ist das Schlimmste. Hey, du hast den doch zwischen der Kiste... Egal. Ja, aber ich dachte, der wäre zurückgelaufen. Das ist perfekt gelaufen, Bro. Ja, wirklich. Fuck. Das war nice. Sie werden uns nicht... Aber du hast ja auch ne Frack anhatte. Gut. Ich hab genau das gleich geholfen wie du. Ja, hola. Ich hab mal Diffuser gekauft. Du kannst ja wieder die erste werfen, Peter. Aus 300, Peter. Ja. Aber die werden nicht dazu kommen, die Bombe zu legen. Oh Gott. Wir gewinnen zu nur. Okay. Außen ist noch... 16 Uhr. Hattest du gesagt, Christian? Relativ viel in der Lobby los. Außen noch keiner. Und oben höre ich glaube ich... Nee, einer ist da auf dieser Leiter in der Lobby. Einer ist oben runter gesprungen, Christian. Kann sein, dass der... Die wollen auf deinen Nacken springen. Aua. Alter. Ziemlich viele oben. Zwei oben. Ich bleib. Ah. Okay. Das war ganz schön okay. Nice, Christian. War schon heiß, Christian. Da oben ist doch noch einer. Komm, kommt wieder. Spannendes Gesicht. Alter! Let's go! Ja, ebenso. A läuft richtig. Christian guckt immer so kurz aus der Garage, macht den Kill, kommt wieder rein. Bommel liegt oben auf dem Bottich. Bommel liegt oben auf dem Bottich. Weil die sind doch noch hinten oben, glaube ich. Ich hab nur einen Kill gemacht, also alles gut. Ach, er ist jetzt da durchgekommen. Von wegen. Da sitzt du. Christian guckt aus der Garage raus. Nein. So läuft das hier. Das ist okay für mich. Ich hab noch keinen Gegner gesehen, dieses Match läuft. Ja, muss ja auch nicht. Das heißt, wir sind aber noch nicht gestorben. Also... Das ist richtig. Die Null, solange die Null hinten steht, Peter, ist alles top. Boah, ich kaufe mir mal ein Entschärfungskid mal richtig gönnen jetzt. Die können jetzt kaufen, oder? Wahrscheinlich. Kommt drauf an. Ja, die hat nen Shotguns und so auch. Also teilweise. Oh man. Hä, wo ist mein Smokin geflogen? Oh, war die so kacke? Keine gesehen da. Sehen wir noch keinen? Ich hör keinen. Auch noch keinen. Oh, da ist ich jetzt ein. Oh, Rampe heute. Guck mal, hab ich echt geschossen. Ich geh weg. Für immer und eben. Einen hab ich ein bisschen den Pommes angetippst. Der hat ein bisschen Ketchup verbreitet. Das ist alles. Alter, war ich bad. Außen ist sehr ruhig. Ich glaub, die warten, chillen, die stellen und picken. Der hat mich gemacht, oder? Oh mein Gott. 27 hab ich dem gegeben. Das ist schlecht. Bombe down, Tür. Bombe liegt hier bei A. Wie Sepp gerade gesagt hat. Okay. Du musst noch ein bisschen confirmen hier. Nein, ich hab geguckt, welche Waffe du hattest. Oh, der hat gesmoked. Ich fährt nach AE hin. Die Bombe liegt oben bei A. Naja, lag. Warum ist die weggeflogen, Bram? Nee, die Bombe kann man nicht wegspringen, oder? Die Bombe fliegt nicht weg, die hat er mitgenommen. Der kann sein mit dem Band ist, Tür. A hat mich. A Pommes. Rausgekommen. Ah ja. Ich weiß nicht, wo die Bombe ist und nicht wo die Gegner sind. Ah, einer auf A Spot. Hat mich weggesmoked. A. Ich hab zwei Gegner. Einer ist da rumgesprungen, wo geplantet wurde. Ich werfen es. Eine Flash. A Pommes. Ach, schalte. Dammit. Hat er mir auch direkt gegeben. Aua. Haben wir Geld? Nee, haben wir nicht. Ich hatte Geld. Haben wir nicht. Alle außer Christian, okay. Müssen wir mal. Mal mal ein Echo. Kann ich weniger Geld haben als Peter? Ich hab zwei Kills gemacht. Ich hab noch nicht groß gekauft. Ja, ich hab jetzt eine Runde gekauft. Kannst du mich hochpusten, Jay? Die ist super. Klar. Nee, ich steh noch nicht drauf. Jetzt. So geht er nicht. Keine Ahnung. Nice, Bram. Man muss hier den Speziellen nehmen. Schade. Einen hab ich. Oh, da ist einer. Wo war der Bram? Pommes. Nice. In Pommes liegen auch zwei Waffen. Dann geh ich mal eben hin. Und hol mir eine Waffe. In Pommes liegen zwei Waffen. Einer ist auch in Pommes. Die schießen da auf. Hat jetzt eine HE. Aber sowas von der Fraser. Was? Und? Da hab ich eine Tür gehört. War ich. Was noch? Bist du im Vent? Ja. Wie ist die A-Situation? Die Waffen in Pommes liegen. Die Waffen in Pommes liegen. Ach man, jetzt hab ich auf die Waffe geguckt. Scheiße. Das ist jetzt aber blöd. Aber der hat Damage und ist tot. Nice. Oder? Ja. Den hab ich getötet. Oh Gott! Hat er gerade gegenseitig einen header gegeben. Nice. Nein! Oben, Heaven! Oh Gott, der ist wo? 59 ins Fall. Ich bin heute davon ausgegangen, weil Sem da gestorben ist. Ist der nicht runter gesprungen? So. Jetzt ist der runter gesprungen, Peter. Hab ich falsch gehalten. Wo ist denn die Bombe? Keine Ahnung. Der Gegner hat geschrieben eine AFK, aber da würde ich nicht viel drauf geben. Das heilt auch gut, ja. Da ist der AFK, da. Der geht B. Ja, ne. Warum? Ja. Nein. Guter Spruch. Der war wichtig. Fand ich auch für mich. Auf der Surrender. Aber Peter ist da! Der musste durchziehen. Der musste durchziehen. Der musste durchziehen. Richtig gut. Peter macht vier Games. Peter macht vier Games. Ja, Deal. Peter macht sie. Peter ist der beste Spieler in unserem Team. Und wenn du im Endeffekt auch bleiben, zieht es ins Reflektory. Wo ist man nach AK? Das stimmt. Peter braucht ein bisschen Motivation. Ne, hab ich nicht. Wo ist man nach AK? Die hab ich schon zugerufen. Hätt die in der Hand, weißt du. Ich dachte, ich hätte die Teste gedrückt. Das war mein Fehler. Vielleicht muss man Peter einfach mal ein bisschen anschließen. Die Scam-Spiele aller Smiths. Ja. Mein Gott. Hab ich dir doch gegeben. Du hältst ihn doch fest. Ne, ne, du hast ja schon. Husen hat aber getappt, ey. Das war nice. War einer oben Bottig. Ja. Der hat aber auf mich geschossen und ist hinterher gerannt. Scheiße. Feuer in dem Loch. War deine? Ja. Wir sehen die ja vorher. Oh. Nice. Außen... Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Oh, keiner. Der Lobby schießt dann die ganze Zeit durch die Wand Richtung Christian. Ja, ja. Ja, aber eigentlich war die Smog scheiße. Die ergibt uns zu wenig Sicht. Pommes könnte vorkommen. Oder die ganze Zeit in Pommes. Ja, ja. Hier ist Pommes. Und da ist Ketchup. Als ob, Alter. Sex. Der hat gerade versucht zu zweit vorzukommen. Da hat er mich vorher gesehen. Ja. Gehst du AJ? Ja. Gut. Habe ich. Nice. Er steht oben recht. Bombe ist Pommes. Äh, AK-Typ hat Pommes und damit die Bombe. Nice, nice. Schön. Schön, schön, schön. Dann holen wir uns noch eine Granate. Schick. Kann mir einer legen? Ja. Ich kann dir legen. Ich habe 8200. Peter, do it. Peter hat die Moneys. Und die meisten Kills. Und die meisten Kills. Und die meisten Kills. Ah ne, hat er nicht. Noch nicht. Aber er rockt jetzt richtig das. Aber die gehen ja in die Rampe, die Flicker. Ja, die fehlen die mich aber immer. Und dann töten die mich direkt so mit einem Headshotzer. Oh, schießen wirklich Rampe. Negev? Ich glaube schon. Wir haben eine Negev. Herzlichen Glückwunsch. Rampe 2. 3. Ich muss hier weg. Mach das. Ich habe keine Muni mehr. Peter, du machst das. Das habe ich geholt. Jeder für sich selbst. Wow. Der hört mich einfach an. Der lebt noch. Der ist Heaven vielleicht. Ich hoffe, der könnte Heaven gehen. Der ist einfach vorgekommen, Heaven. Na, er könnte. Der ist an dir vorbeigeläutet. Der hat mich doch uns gefüllt. Okay. Moment, wo bist du denn gestorben? Direkt hinter neben dir bin ich gestorben. Nein, doch gerne. Alter, Bram, danke. Ich wusste gar nicht, dass du neben mir warst zu dem Zeitpunkt. Du hast mich wirklich geschossen? Alter, ich dachte, was ist denn hier los? Das habe ich gar nicht vernommen. Du wirst irgendwie auf mich oder auf wen oder wo? Ich habe nur dem auf den Boden geschossen, die ganze Zeit. Alter, ich war übelst verwirrt, nachdem du da rumgeballert hast. Ja, wir brauchen ein bisschen Spaß. Du musst mich auch ein bisschen trietzen, sonst gebe ich auch keine Leistung. Ja, ne, so ist das halt. Sind die eigentlich bis Feuer gerannt? Nee. Ist da einer? Einen habe ich gesehen, ja. Ich gucke auf die Pommes. Einer ist hochgeklettert. Oder unten. Einer ist außen durch. Moment, der kann also unten sein? Weiß ich, nee. Ich glaube noch nicht. Ich gehe durch. Ich gehe nach unten. Einer ist an meinem Smoke vorbei gesprungen. Ne, ist tot. Okay. Der war dort. Der geht alleine? Oder was machen wir? Ich höre ein Ziel. Pommes war einer. Orangeschweinenpommes. Hat aber... Einer oben auf dem Bottich drauf. Einen Sniper. Da, die face ich mal nicht. Und noch einer lang. Oh shit, der hat mich fast. Bombe lang. Tot. Nice. Schön Teil. Also der Bombe ist auf dem Bottich. Oh! Oh! Ja, der oben hat mich. Oh! Der ist der letzte da oben auf dem Bottich. Der ist oben auf dem Bottich. Könnt ihr den von hinten bumsen? Versucht. Flash läuft. Flash läuft. Oh, der ist. Yo, der ist, der ist. Nice. Hier meine Flash. Nur wegen meiner Flash. Ich konnte hier den wechseln auf die Orb. Frechheit. Ich habe E gedrückt. Wie E, G ist Waffen wegschmeißen. Ich wollte auch gerade sagen. Ne, E ist wechseln. Kommt drauf an bei W. Das kenne ich gar nicht. E ist wechseln, nicht W. Wer drückt denn wechseln für... Also... W ist vorwärtslaufen. W ist vorwärtslaufen. Peter, du machst die Rampe alleine, ne? Okay. Wo will Jay denn jetzt hin? Ne, ich würde einfach direkt unten... Ey, ich bleib einfach Rampe scheiß drauf. Achso, du würdest nach unten. Also Violett beschwert sich ein bisschen. Sondern die Mitspieler wären Silber. Das wäre okay. Oh. Könnte ein Ventrush sein. Ne, ich bleib nach unten. Okay, ich bleib bei Rampe. Wobei Orange... Ne, Ne, Orange hat mich gekillt. Und Bram hat Orange gemacht. Dann ist es gut. Da ist aber noch eine Flash rausgekommen. Jetzt riecht tot. A3. A3. Ach komm, also ob er mich da durch... Ach, 78 hab ich ihm gedrückt. Er ist Tür durch. Ah, planted. Nein! Und ein Vent in der Ecke? Äh, ja genau. Scheiße, wie schade. Ach, das finde ich aber geil. Das ist das... Man macht ja dann, wenn man dann schießt und nicht genau weiß, wo er ist. Dann wackelt man mit der Maus da rechts, da links. Hast du ihn genau gesehen. Ich hab mich da schrotten vereint. Ja, ja, deshalb. Das sah so lustig aus. Wir haben Kohle alle, ne? Ja. Und das könnte ich auch liegen. Galapot. Ah, ne, Brand brauchen wir nicht. Let's nur der Art. Christian steht immer in diesem kleinen A-Tor drin, oder? Oh, lol. Der hat mich einfach Pommes gerusht. Äh, die Tür ist aufgegangen, kann ich grad nicht drauf gucken. Warum ist das wieder zurückgelaufen? Scheiße, Rampe hat mich. 90 habe ich... Mann! Hahaha, gut, er hat die Tür zugemacht. Christian, kann sein, ob von hinten einer kommt? Komm mal. Ich weiß nicht, was für euch von hinten ist. Ich höre Schritte bei mir. Rampe ist nix. Rampe ist safe. Lobby sind viele Schritte. Genau. Ich weiß nicht, ob einer außen durchgekommen ist und direkt runtergejumpt ist. Bombe ist Lobby, also... Ah, nice. Dann kann der nur von hinten bei Jay kommen. Dann ist mir das egal. Die von hinten. Von hinten bei dir. Oh, hallo. Bombe kommt immer näher zu mir. Das war der mit 90. Nice. Ja, nice. Ah, easy. Ja, die haben die geklaut, die Lümmel. Sepp, leg mal bitte mir ne M4. Äh, ne neue oder ne? Ach, du kriegst die alte hier an. Komm mal an dir. Alter, der eine, der... Minus 1 und 2 stand, weil er am Anfang runtergefallen ist, hat keinen Kill bis seitdem gehofft. Alter, das ist richtig bitter, wenn du solche Mates hast. Was hab ich eigentlich für geile Moves hier drauf? Da ist er wieder. Ne, da guck ich nicht nochmal, du Ficker. Da hab ich 66 gedrückt. Oh, oh, oh. Rampe ist Action. Hier ist gar nix lang. Mal blick in der Lobby. Hier komplett getrashed. Rampe. Scheiße, Pommes hat mich. Zwei Leute Pommes. Äh... Ich guck Tür, Christian. Okay. Hm. Schade, ich dachte, ich kann mal irgendwo anders stehen. Bleib mal Rampe und guck weiter in die Ferne. Tür. Pommes gesmoked. Alter, der hat ganz schön schnell auf und zugemacht, die Sau. Bestandst du, Bram? Bisschen Angst hat vor dem Auto. Normalerweise stehe ich hier im Heffen, aber jetzt gerade stand ich in Pommes. Das war die Bombe auch. Der hat... Oh, der ist Rampe durch? Der hat den 27 gegeben. Ist der Rampe durch? Das kann sein, ja. Dann geh ich runter. Wuhuu. Äh, Rampe noch. Beide. Die wollen aber nach unten, glaub ich. Die wollen nach unten. Ja, die haben gesmoked. Die wollen nach unten. Dann unten. Rampe, Bombe down. Oh, der ist hier bei mir. Tot. Nice, Sepp. Du hast noch 8 Leben, ich würd Death sein. Wisst ihr, wo der letzte ist? Nee. Rampe müssten die beide sein. Gewesen sein. Der hat 2 gekillt. Ja, die beiden sind tot. Achso, Leute. Genau. Ich guck einfach, wie wir sind nach unten. Nice. Okay, der letzte war da aber auch. Nice one. Ich fühle diese Einheit. Ja, Sepp, du bist echt gut. Kannst du mir noch mal ne Waffe legen? Ja. 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 Peter, ey, klar. Wieder hier. Soll ich auflegen? Ja. Danke. Danke, Chris. Hey du, ein bisschen Koks könnte ich dir auch geben. Das hilft bei mir auch. Du Dealer, Junge. Hast du mir jetzt den guten Scheiß gegeben. Nächstes Mal gibst du mir den gestreckten Kackpapfen. Delay oder Dealer? Natürlich. Erstmal abhängig machen. Richtig. Ah, ich muss halt noch hier lernen. Geht er jetzt gar nicht mehr erst gucken. Äh, direkt. Dealer. Eigentlich ist diesmal voll. FDM jetzt direkt ein Grenade in die Phrase, Ficker. Da ist noch ne Flash hinterher. War stark von mir. Ach, Arschkrieg. Ah, da ist er nämlich. Ich hab dem einen mitgegeben. Sind die da so bei euch so? Klettern hoch. Nur einer. Oh, klettert hoch. Auf dem Bottich. Der einer hat sich vielleicht zurückgezogen. Auf dem Bottich ist keiner. Ich glaub die warten da. Campen einfach oben bei sich da oben. Die warten in der Lobby. Oh, sollen sie? Ich gucke. Also oben ist glaube ich einer drauf. Nein, da ist einer leider. Da ist einer drin. Äh, der hat schon mal einen abgekriegt vorher. Oh, da ist noch einer drin. Wommer auf dem Dach einer. Jetzt muss ich aber kurz nachladen. Das ist einer, hat die Wahrheit gesagt. Da hat sich doch einer nach oben verwirrt. Warum sollte der auch lügen? Einen, violett habe ich noch in der Lobby gesehen. Irgendjemand zieht die Bombe gerade da. Wer ist denn das? Hast du das? Ich hab den gesehen. Durch die Türe. Das war violett. Der steht hinten. Ich ficken. Okay, der hat mich gemacht an der Tür. Aua! Außen hat mich auch gemacht. Fuck! Okay, ich guck außen. Bomme ist außen. Bomme ist außen. Bomme ist außen. Bomme ist außen. Bomme hat mich gemacht, läuft nach unten. Secret. Oh mein Gott. Was soll denn jetzt für Stress machen? Kann natürlich jetzt auch noch auf Main wechseln, wa? Warte hier kurz. Ich hab ne Tür gehört. Türen auf. Türen. Ja, der ist unten. Der ist B. Von zwei Seiten, nice. Keine Zeit gehabt, oder? Zeit abgelaufen. Ha! Ha! Nice, Peter. Alles okay. Hauptsache er ist noch gestorben. Richtig gut, ey. Ich hab genug Geld. Vielleicht sollte ich da ne Brand erstmal hinwerfen. Die sind sich unsicher, wie sie mit uns verfahren sollen, wenn die so lange warten. Wir sind halt ein paar Leute dabei, die gar nicht so schlecht sind. Also, ihr steht auf euren Positionen halt ziemlich stark. Und wenn einer verreckt, kann ich superschnell halt da hinswitchen theoretisch. Einen hab ich. Das ist halt echt. Na, der war nicht gut. Wir haben hier einfach die Meta-Map. Das ist halt unsere, ne? Die fühlen wir einfach. Bei... Bei uns! Bei mir! Was ist denn bei uns? Außen schon durch! Der pusht mich. Außen schon durch! Ja... Keine Ahnung, wo der herkam, aber er ist irgendwie durchgehuscht. Alter, ist er übers Dach gekommen? Gib mal helfen. Okay, Christian, du hast den anderen draußen, ne? Dort sind beide tot. Zwei und fünf. Türe! Wo ist es dran? Ich bin bei dir noch im Bottich. Ich bin zurückgeschrieben worden. Äh, Bombe ist Mitte-Bottich. Oben-Bottich? Oben-Bottich. Könnte also jetzt Leiter sein, Pete. Links. Ja, einer ist... Ja, der ist da noch oben drauf. Ich weiß, aber Christian wird doch Türe gekillt. Das heißt, einer könnte A-Spot sein, oder? Oben drauf ist er immer noch. Der könnte A sein oder unten. Der ist oben drauf immer noch. Also A ist nix. Der ist ja der Letzte. Der ist immer noch oben drauf. Achso, der war der Letzte. Das hab ich nicht gecheckt. Okay. Ah, schön angeschossen Christian. Haha, wirklich Ansagen. Äh, Peter leg mir mal bitte irgendwas. Jo, mach ich. Ganz schön nett. Dankeschön. Kein Thema. Schnurre so! Nein, ist gut. Fuck you! Die war wirklich nicht hier. Die Schmutzwaffe. Der Rundschmeinich. Aha, ich hab's gesehen. Irgendwann mit dir wegschießen. Nicht mit mir. War's einfach zu schnell. Oh, der war ja ganz frisch kacke, Smug. Na, außen pushen? Die war gar nicht ruhig. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Fuck. Die war nicht gut. Er schießt Türen, Christian, na? Ja, ja, der hat einfach durchgeballert. Der steht da davor. Okay, der hab ich Pommes. Pommes ist durch. Oder wieder reingelaufen. Der kommt. Zwei Leute Pommes. Komm Pommes ist für zwei draus. Der hat mich weggesmaugt hier hinten. Ich kann gerade nicht helfen. Komm, Jay. Flash raus. Ja, die sind halt hinter. Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken. Einfach rein und töten. Funktioniert halt einfach so gut. Wir können einfach so schnell rotieren. Das ist der Shit. Was? Achso, ist schon vorbei. Ja. Ich krieg gar nichts. Leg mal meine Waffe, bitte. Wollen wir halt auch eine bearbeitete schon? Oder? Ja, komm, ja. Ja. Also, sobald halt irgendeiner von irgendwo stirbt, kannst du halt so schnell rotieren. Egal wer das macht. Ich hab eine Flash voll ins Gesicht gekriegt. Ich hab sogar einen Schaden gekriegt dafür. Was? Ja, ich hab mich sowas zusammengezuckt einfach nur. Nice. Ja. 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 Das ist gut. Naja, alles gut ist nicht. Ich hör da auch. Die haben Secret, glaub ich, gesmoked oder die Garage gesmoked. Ich hör oben auf dem Bottichern rumspringen, Jill. Die gehen, glaub ich, A oben rum. Ja. Die haben Secret gefeuert. Ramp hat mich. Einer ist bei uns. Ich hab einen Main gemacht. Ramp ist frei. Okay. Deck keiner mehr. Da reint auch noch einer rum. Der könnte hochkommen. Oh ja, der ist auch hochgekommen. Über die Leiter. Können wir runter. Einfach warten. Jay ist unten. Ich bin B. Okay. Jay hockt da in der Ecke. Das ist gut. Da ist er. Der ist unten. B. Oder? Ich bin gerade gefallen, ne? Ich hab gerade Steps gemacht. Ich hab gerade Steps gemacht. Da ist er. Da ist er. Der ist unten. Zu gut. Ich bin gesniperd. Oh nein. Jay hat dich geschossen? Ich hab genau gerade geguckt, wo jemand gestorben ist. Achso. Da warst du mit der Maus genau drauf und da kam keine Kugel raus. Ich weiß. Der sitzt oben links. Ja, aber da sind noch drei. Oh, drei? Mhm. Der ist immer noch da. Der ist immer noch. Der ist immer noch da. 91 hab ich dem gegeben. Oh Mann. Das war ein Headshot. Okay. Sehr blitz mit. Ich hab eh Echo. Ich sterb ich jede Runde. Ich leck es. Ich leck es. Ja. Sag mal, Branden, wo bist du? Hinter dir. Da. Auch noch jeden Falle? Woher das ist das denn eigentlich nochmal? G oder so. Naja. Go. Hat wohl die Frage Waren? Mit welcher Taste kauft man noch mal Leuten was, anderen? Ne Steuerung drückt und dann wirft er die weg. Steuerung. Ich weiß nicht, ob es noch eine Taste gibt, um eine andere? Wo außen war jetzt? Ventrush, einer ist durch. Man, jede Runde verreg ich. Bombe liegt unten, B. Ich bleib dann aber mal ramp deckend, ne? Noch einer unten. Ich geh außen. Oh, der weiß, wo ich bin. Ich komm mit Jayhaven. Oh, der fickt mich. Der ist Jayhaven. Ja gut, das war der. Ich geh wieder hoch, Jay, um Rampe zu decken. Das bin ich. B ist doch... B ist doch... Oh, Alter! Warf mich! Mann, ich hatte Angst! Ramp 2, hör auf zu schreien! Du kannst durch die Wand gucken, Jay. Hey Bram, du kannst woanders hingehen, wo du sicherer bist. Ich seh genau auf die Bombe. Rampe ist jemand von uns gekillt worden, ne? Das habt ihr mitbekommen. Da sind auch zwei Gegner. Ich weiß nicht, ob ihr das auch mitbekommen. Ich guck linke Tür. Ich guck gerade mit drei Leuten Rampe. Okay. Äh, Leiter. I need heaven. Ja. Okay, aber die Bombe liegt da noch. Ich wollte gerade sagen, die Bombe liegt da noch. Wir müssen nicht hier weg. Wir müssen nicht hier weg. Ich will ruhig nach oben. Jaydeck, nur den Lüftung schaffen. Jay, was siehst du? Ah! Draußen Tür, Doppeltür, Doppeltür oder Fenster geht er. Doppeltür oder Fenster wird er wahrscheinlich gehen. Dann bleib ich hier. Hab ich? Einer noch. Wird er sich verzählt? Ne, zwei waren bei Rampe, hab ich nur gesagt. Was? Lässt die Tür. Gleits die Tür. Gleits die Tür. Alter, hab ich schlecht geschossen. Warte. Nice. Nice. Ah, der hat doch nicht mehr viel. Boah, das war ja richtig bad von mir. Ah, was. Runde von mir. Puh. Wie Puh. Das war ne aufregende Situation gerade alle. Ja, schon alles ganz schön easy bisher. Die letzten Runden waren eher so gegen so. Die haben am Anfang viel Scheiße gebaut. Ja, ohne Witz. Ja, vor allem Orange, der ist mittlerweile richtig dazu gekommen. In der ersten 10 Runden war der gefühlt voll der Noob, Alter. Wenn der irgendwo stand, dann war so, der Evolft sich wie Broly, Alter. Der andere hat, glaube ich, nur noch 1 zu 8. Also der ist das auch. Ah, kein B nicht aussehen. Wieso nicht aussehen? Ja, weil die Bombe nicht aussehen. Ja, stimmt. Ja, es sind zwei Leute innen rumgelaufen. Ramm direkt runter, Windrush. Ja, sicher. Machste Runde. Rampe? Höre ich Schritte. Rampe. Ja, ist vorgekommen. Aua, der ist runtergesprungen. Noch einer Rampe. Noch einer Rampe und die Tür. Da hat mir direkt nen Header gegeben. Ja, mir auch. Ey, alle Seiten checken. Okay, das war nicht so gut. Schön. Der wusste auch gar nicht, wo Bram ist. Wo liegt denn die Bombe? Wo liegt denn die Bombe? Ähm, Lobby. Oh, der hat nicht mehr viel schossen. Der kann auch zweimal nachladen. Hä? Ja, das ist Standard. Das sind drei Magazine. Das ist schon okay. Achso, ne, weil die USP die hatte? Ach, die USP die... Ja, aber ich bin mit der Lieber. Der ist da. Ja. Oh. Versteh ich. Ist der hinterher gesteckt? Au. Der Gelb, ne, mit der Pistol drückt der Headshot. Das ist der Shit. Ich glaub, der hat sowohl Jay als auch mich gehadshottet direkt damit. Vielleicht sollte der nur Pistol spielen. Äh, das kann sein, weiß ich nicht. Hallo. Hallo, guck nicht um. Äh, hallo? Wo steh ich denn hier? Wo steh ich denn hier in der Mitte, Alter? Was mach ich denn hier? Ja, ich hab ein Messer. Geh weg. Geh offen. Was soll denn die Kacke? Come on, come on, let's go. Sonst werden wir gebumst, ne? Die Rampel geht also vor. Kann man damit arbeiten, mit der Information. Absolut. Die sind alle vorgekommen vorhin. So, ich dachte du willst Rampelte. Die Tür ist auch vorgekommen. Oh, die Tür hat richtig gebumst. Achso, na dann machen die das jetzt wohl nicht mehr, wa? Geht. Da ist einer. Der hat 84. Bommes. Ist tot. Der hat neben 4. Die Pistole hätte ich gar nicht wegschmeißen müssen, aber hey. Aua. Hat eh geschluckt. Da kommt einer mit der Kapit. Ja. Ach, ich dachte der muss nachladen. Himmel. Ich hab dir nen Headshot gegeben und noch nen Treffer und du hast 67 Schaden bekommen. Die Glocke ist halt auch einfach ne Bieszeugpistole so, ne? Die Glocke ist halt wie der Rennfahrer. Charles de Glocke oder was? Niko Hülkenberg? Ja genau, Niko Hülkenberg. Niko Glockenberg? Guck mal, das können wir kaufen und jetzt holen wir auch die Runde. Ist doch machbar. Ich glaub Jay ist, ja Jay ist am Start. Sehr gut. Was machen wir denn? Ich hab die Bombe. Eigentlich so aufgestellt. Ich bin sehr schnell. Pikieren. Das machen sie halt auch mit dem Feuer. Ja. Ich hab einen außen gepickt. Alles gut. Einer hat das Spiel verlassen. Das war der, den du gerade gekillt hast. Der hat wahrscheinlich gedacht, boah, ich hab mir so'n geiles. Einer ist Heaven oben. Scheiße, das hat mich gemacht. Grün, pass auf. Wo ist der? Ne, Entschuldigung, der oben ist grün. Wo war? Mann! Entschuldigung, ich dachte wir jetzt auch unten durch. Wo ist denn der? Hinten Lobby. Peter oben, ne? Christian, bei dir ist aber einer. Peter Lobby. Okay, what the fuck, der... Schön. Nice. Was tut der? Was tut der? Was tut der? Der kommt hinterher. Der ist über mir oben. Der ist über mir oben. Oh. Oh, Peter macht Headshots. Set ein Fenster? Der ist über die AK. Jetzt hoch. Der hört der auch nicht. Ohne Geräusch. Nice. Andere Positionen kennen wir nicht, ne? Von den Gegnern? Ne. Okay. Ah, jemand anders drückt bei. Belastend. Oh. Jetzt musst du nachladen, du hast noch zwei Schuss. Der kommt. Oben. Oben. Der kommt oben. Ist der gefallen schon der, ne? Spiel auf Zeit. Habe ich nicht gehört. Oh mein Gott. Ich weiß aber nicht, wo der genau war. Ja, war rein bisschen einfach. Wer da, wo die Bombe ist. Oh mein Gott, das hat funktioniert. Oh Gott. War bitter. Das war in der Tat belastend kaufen. Du kannst Peter Gold Nova 4. Ja, aber das ist eine gute Szene für ein Video. Alles für den Content hier. Nee, also der Kill. Bist du allen war geil. Ja, Peter ist eine Content-Tour. Das ist alles. Ist okay. Peter will wieder ins Besser. Ich bin ja auch Content-Creator und nicht Programmer. Die Fraschen hinten. Oh scheiße, an der Garage steht einer. Wo da? Echt von dir, Chris? Hinten im Smoke. Da stehen zwei. Habe ich. So, der Kamer hat noch einer angelaufen. Ja, dann ab Rampe. Wo? Hast du? Let's go Rampe. Beide tot. Außen haben wir zwei tot. Okay, dann gehen wir Rampe. Hier ist keiner. Hier ist der keiner. Okay. Und wie die alle da getötet haben und die jetzt move'n. Und Tür Doppel-Door. Hat noch 66. Heaven ist einer. Hat noch 50. Alter, der wird sofort nennen. Was? Das ist schlecht. Der hat wenigstens den Header gegeben. What the fuck. What the fuck, Echo. CT ist halt leichter. Wir haben noch keine Runde geholt. Echo, sagst du? Echo. Das habe ich gesagt, weil ich Echo habe. Ich hole mal eine Rauch. Lass mal außen lang gehen. Zimt. Oh, lecker. Außen sitzt der mit AOG, ne? Glaube ich. Was? Ich dachte, wir warten bis die Smoke auch da ist. Was? Schade. Dann würde ich. Autsch. Nicht raus gucken. Das ist jetzt blöd. Das ist der Typ. Oh. 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 Jay muss wegrennen. Okay. Wegrennen ist auch stark. Jawoll. Der hat eine Ava fallen gelassen. Falls der Typ. Jetzt renn im Kreis. Was heißt das? Oh mein Gott. 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 Fang mit denen gespielt, ey. Scheiße. Wow. Cauben. Boar Messern wäre echt die Idee gewesen, ne? Das sitzt mir immer noch im Herzen quer. Passiert. Da musst du abschütteln. Ja oder so ein bisschen von außen in den Smoke schießen. Weil als wir im Smoke standen, da hatte ich auch das Gefühl, du hast komplett die Orientierung verloren. Ja, einfach auf die MET achten. Auf die MET achten. Scheiße. Pommes kommt vor, Pommes kommt vor. 58 hat er schon. Das heißt, der kommt jetzt gleich hinten raus. Pommes ist tot. Krass, den habe ich nicht gesehen. Okay, außen gehe ich nicht, da ist ein Orb. Außen ist ein Orb? Dann gehe ich da vielleicht auch nicht hin. Ich würde mich da zwar sehen. Der sitzt in der Garage, glaube ich. Ja, machen wir jetzt. Drei gegen vier. Ramp mal gucken. Die Orb ist außen. Also ihr seid... Okay, ramp einer down. Let's go. Komm, let's go. Nice. Hintenrum zu A oder B? Können helfen gehen. Oi! Ja, den Laufen gibt dir den Headshot, der Wichser. Also ihr habt jetzt noch eine AWP und einen anderen Gegner. Hinter dir. Nee, das bin ich. Ja, Sepp. Ich bin echt... Der ist hinter dir, Sepp. Der ist hinter mir? Ich gehe runter, Pädda. Ich gehe planten. Ich habe die Bombe. Ich gehe nicht planten. Ich werfe dir den runter. Ich werfe dir den runter. Ich werfe den Bombe noch runter. Habe ich direkt gemacht. Alles gut. Aber der Cook Heavy. Hör mal. Kannst du auch hochspringen, Peter, ne? Ja, ich weiß, der kann von da kommen. Auch der Fick. Ähm, der stand die ganze Zeit Pommes. Aber ich glaube, der schießt ganz gut. Der wird erst auf Sepp schießen. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Wo hast du die hingeworfen? Ich habe die Eingang Main geworfen. Ja, okay. Ich bin dran geräuschen. Was wird der erst auf dich schießen? Oh, kann der von Pommes aus? Ich bin tot. Das kann nicht wahr sein, ob er das gemacht hat. Das kann nicht wahr sein. Ja, der hat auch kaum Schüsse gebraucht. Der ist einfach rausgekommen, hat uns beide weggemacht. Ja, das war ganz gut von dem, würde ich sagen. So. Jetzt spielen wir da ernst, oder? Ja, es ist knapp genug. Das tut weh. Ich habe genug für den Content gemacht. Ich hätte jetzt ganz gerne mal wieder eine Runde gewonnen. Wir haben jetzt fünf, sechs Stück am Stück verloren. Ja, das meinte ich damit. Wir haben genug für den Content gemacht. Folge lang genug gestreckt. Sheesh. So, ganz ehrlich. Also erstmal A. Läuft erstmal nicht. Sehr gut, Christian. Ich komme mit raus. Außen lang. Oh, die Smoken außen. Unter mir ist einer. Main. Nice. Fuck. Der ist Main vorgekommen. Heaven. Hier ist Erschießungs-Kommando-Time. Guck nach unten. Ich glaube, wir haben alle die Treppe. Homehaven hat mich. Scheiße. Okay, wir gehen runter. Ich dachte, ich kann auf den Kuchen. Lass mich vorgehen, Chris. Ich fahre mit runter. Links. Da steht einer. Hat noch 18. Ich komme über die Rampe. Das war ja noch. Wenn ihr noch ein bisschen chillen wollt. Ja, können wir machen. Also, ich schleich mich. Ich gucke Wind. Was ist denn der von Main hin? 40 Sekunden. JSP. Komm. Da unter dir. Mann. Mann. Ich habe die Bombe verloren. Hinten in der Ecke. Chris, machst du? Mhm. Die Tür ist gerade wieder auf. 30 Sekunden. Der letzte ist Rampe. Der letzte ist Rampe. Ja, ich blente hier hinter. Kein Stress. Einer links, einer rechts. Ich bin in der Tür drin. Alles gut. Ich kann rechts gucken. Da ist er. Weiß Fens. Ich glaube, der kommt über links. Nice. Schön gemacht. Das spüren wir immer wieder ernst. Boah, ey. Ohne Probleme. Ganz einfach. Dominiert das Spiel. Ja, der Pick war wichtig. Ja, der Außenpick von Chris. Der Pick war sehr ehrlich. Ja, hat Christian einfach seine absolute Dominanz auf diesem Planeten ausgespüren. Oh. Wir sehen jetzt eine Wiederholung des Falls. Meinst du, die zwei mal hintereinander? Ja. Oh, was war das denn? Ja, nicht. Oh, ich glaube, die sind ein bisschen mad. Das ist okay. Kann ich jetzt auch mitleben. Ist da einer schon Main drin? Nee. Nein, ich bin oben auch Main. Schön. Schön. Das heißt Heaven ist da und das heißt A. Ja. Was heißt A? Geh durch Pum. Hinter der Band. Habe ich. Ohne Heaven, Heaven. Oh, okay. Der war lagier. Achso, okay. Nice. Das ist wieder. Planter. Komm, vier gegen eins. Das schaffen wir auch. Ohne. 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 Ich habe es schon vor mir gesehen. Weißt du, er steht da oben, mäht mich, nachdem ich die Bombe gelegt habe, Nieder und alle anderen. Ja, wir haben wieder mal unsere Dominanz bewegt. Ja, weil die anderen sich gegenseitig gekillt haben. Das stimmt. Ja, vor Schiss. Weil wir die vorher angepinkelt haben. Ja, das stimmt. Genau. Das war der Van, glaube ich. Okay, Garage sehe ich keinen gerade. Heißt aber nichts. Das ist doch um die Ecke. Einer ist Rampe vorgekommen. Das meintest du mit ich flash um die Ecke. Ampels ist jetzt einer down. Einer sitzt auf Pommes. Ich sehe außen keinen. Oh, jetzt kam der vor. Ja, der hat sich versteckt. Oh Gott. Einer, einer Heaven, einer Pommes. Die verstecken sich gerade. Ja, quäl. Ich geh zu Heaven. Da ist im Sprung, Jay. Das wird reported. Das dürfte hier klar sein, oder? Das ist okay. Gehen wir denn lang? Heaven läuft nach oben. Außen war noch gut weit los. Heaven läuft nach oben. Gehen wir A oder B? Gehen wir B gehen. Schnell oder langsam? Oh fuck. Schnell dann. Du musst dann hinterher, was? Ja, ich... Du kannst auch langsam hinterher. Oh, einer? Einer geht secret. Nee, der kriegt er gar nicht. Was macht der? Der kriegt es raus. Kannst du sofort aussuchen. Sehr schön. Einer noch. Der kommt von hinter mir. Double Doors Potential. Okay, ich komme runter. Jetzt höre ich ihn nicht mehr. Der ist irgendwie weggelaufen. Oder war ich das? Vielleicht safe der. Nee, nee, das war ganz andere Seite. Okay. Ich gucke Rampo. Jetzt höre ich ihn hier wieder springen. Ist das auch wieder safe? Jetzt hat er die Tür aufgemacht. Da, Double Doors. Double Doors. Nice. Ja, ist eine ganz komische Geschichte hier alles. Nee, da kommt meine Arme. Nicht mal ein Damage gekriegt. Eine weitere Runde. Naja, haben wir drei Runden geholt, ne? Also Peter hat absichtlich halt daneben geschossen und halt seine Unfähigkeit mal wieder zu Beweis gestellt. Das stand doch so in dem Skript, was ich hier vor mir bin. Ja genau, da haben wir uns ein Skript bekommen. Da, siehste. Jetzt machen wir das einfach. Jetzt machen wir das einfach. Müssen ja die Flächen machen. Gehen wir aus. Rampo ist vorgekommen, hat noch 30. Kommt jetzt Lobby. Sind da belastend. Rampo down. Nee, links annehmen. Lobby von hinten. Hab ich auch down. Gehen wir aus oder B? Komm, ist er auch tot. Der letzte dürfte dann wahrscheinlich wieder heftig ziehen. Was ist das aber genau, oder ist er? Holy fuck. Ja, das war nix. Okay, das gebe ich zu. Hey. Vorsicht, Zip! Ja, ist gut. So. Oh, Pommes. Pommes, Pommes. Ich hab null gedrückt. Zwei, eins. Ich bin tot. Der ist schon weiter. Alter, Christian. Jetzt kommt der No-Scope noch. Sepp will No-Scope. Äh, Christian will No-Scope. Oh, das macht es aber noch. Wie im Skript. Oh Mann ey. Beschrieben. Okay, dann sind alle Sachen abgehakt. Peter bist zufrieden, Heul, mit unserer Leistung. Ja, das war ne gute Folge, muss ich sagen. Oh ja. Er hatte alles. Das ist aber nicht schreiben können. So, jetzt ist Sepp noch abgerankt. Warte, Skill-Gruppe? So, Ne, Sepp ist nicht abgerankt. Also Sepp hätte das verdient, aber bitte nicht. Wir sehen das noch nicht. Jetzt müsste das kommen. Warne ne Gegner. Aber macht er nix. Okay, die waren aber auch merkbar nicht besser. War eher ein Downrank für irgendwen von euch, glaube ich. Wir bedanken mich an dieser Stelle auch fürs Gegnerteam, fürs kooperative Nachts Skriptspielen. Wir sehen uns demnächst wieder in einer neuen Folge. Und die wird dann genauso spannend, weil wir wissen ja eh, vor, was passiert. Bis dann, Tschüss. Tschüss. Tschüss.